Es war einmal ein Lagerprofi mit dem Namen Florian Koch. Er liebte sein Lager, er liebte seine Arbeit und er liebte es, Gespräche zu führen. Und das so sehr, dass seine Chefs auf ihn aufmerksam wurden und Florian aus dem Lager in den Vertrieb holten. Hier quatschte der Florian weiter und weiter und weiter und das auch noch mit Erfolg. Mit seinen rhetorischen Fähigkeiten machte Florian nicht nur seinen Chef glücklich, weil er mehr und mehr Umsatz machte, sondern auch seine Kunden. Denn Florian konnte nicht nur richtig gut quatschen, sondern bot seinen Kunden auch immer wieder gute Lösungen an. Florian weiß, nicht zuletzt dank seiner Arbeit im Lager, dass Ordnung in unserem Job mehr als das halbe Leben ist. Er ist die Ordnung selber. Ein Klick oder ein Griff und er hat das Gesuchte zur Hand. Diese Ordnung herrscht bei Florian Koch auch in seinem Kopf, weshalb er durch schlichtes Nachdenken manchmal die komplexesten Kundenprobleme löst. Zur Belohnung für seine gute Arbeit gönnt sich Florian dann und wann mal einen guten Schluck vom Besten rum. Aber auch nur einen. Ja, wir müssen das wohl zugeben, es gibt tatsächlich Dinge, die unserem Florian genauso wichtig sind wie seine Arbeit bei Capital Baustoffe. Sein Hund und seine Kinder. Florian Koch empfiehlt, Ordnung zu halten und unsere Niedrigpreise. Knauf Superlup. Kalkzement Leichtputz. 20 Kilo, 48 Sack pro Palette. Netto nur 5,99 Euro. PCI PCMORE 2K. 30 Liter Eimer Schwarz. Bitumen Deckbeschichtung. Deckel Orange pro Kilogramm. Netto nur 1,15 Euro. Bau mit Nivello 50. 2 bis 50 Millimeter. 25 Kilo Nivelliermasse innen und außen. Pro Sack netto nur 16,99 Euro. Ja, rechnen Sie ruhig nach, wie viel Sie mit unseren Angeboten sparen werden. Wenn Sie Florian Koch besuchen wollen, dann kommen Sie hier vorbei. Capital Baustoffe. Werkholzstraße 4, 120,99 Berlin-Tempelhof. Lernen Sie die Firma kennen, in der Florian vom Lagerprofi zum Vertriebsprofi aufsteigen konnte. Für einen persönlichen Besuch bei Capital Baustoffe bekommen Sie 5% Abholvergütung extra. Natürlich zusätzlich zu allen anderen Rabatten. Florian und unser Capital Baustoffe-Team erwarten Sie. Capital Baustoffe. Bester Service.